So konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Dragon Ball Xenoverse. Das ist ein historischer Müll. Wo gehts du? Ich werde sehen, was ich über das tun kann. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Wir brauchen deine Macht. Bis egal, Gegner. Das wird ein Spaß. Die Dragon Ball Xenoverse. Die Dragon Ball Xenoverse. Die Demokratie verabschieden ihre Macht. Ich weiß nicht, wer du zuhörst, oder welcher Schuss. Aber sicherlich werde ich es genau wie ich will. Und jetzt werde ich die Erde verabschieden. Und das Seelen-Spitz-Twist-in-Pain machen. Ich möchte, dass dieses zerstörte Auto... Eine Gedenk-Minute für dieses zerstörte Auto. Das war der Sieger der Herzen. Es war PINK! Also momentan sieht das doch eher leicht aus. Goku! Das everywhere! Goku! Ja! Du, ich etwas wehen für dich. Soろ conducted... Ja, N freeze cloth. Du! 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 Nein! Na ja. Na ja. Es gibt da so einen Gotter Zerstörung, der ist stärker. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier. Ich lebe da gegen Kidama gekillt. Dann kommt als nächstes Buh dran. Da bin ich versehentlich auf die Pausen-Taste gekommen. Die ist nämlich direkt neben der Schlagtaste. Das ging voll daneben. Ja, das hat ja viel ausgemacht. Komm schon, du kleiner Schleimhaufen. Das war so klar. Hör auf abzuwehren. Attacken abwehren ist nicht gut. Dadurch mache ich keinen Schaden. Und das ist nicht so produktiv, würde ich mal sagen. Und eine Schweigeminute für dieses kleine Haus da gerade eben. Danke. Das ist großartig. Es scheint, dass sogar Buh hat. Nur ein bisschen mehr. Das ist großartig. Sehr gut. Goku schlägt sich super. Hat relativ wenig Schaden bisher. Und da wir mit Buh gleich fertig sind, wird er noch weniger Schaden nehmen. Die ganze Zeit hast du dich entschieden, nicht anzugreifen. Und jetzt auf einmal. Mit Kenita mal erledigt. Wow, Zelt hat aber auch wenig Schaden genommen. Was habt ihr gemacht, ey? Ehrlich gesagt, will ich das nicht wissen. Was? Was? Das kann ich nur schwach aufladen. Und... BAM! Toll! Oh Mann, Zell! Sei doch nicht so ein Spielverderber! Oh man! ScheiOC! Ihrसterров man den Schaden durch in ihrのでckle broken! okay. Noch ein Auto kaputt. Noch eine Schweigeminute. Und noch ein Auto. Und ihn mit dem Kamehameha erledigt. Sehr schön. Gotenks, Vegeta, Gohan. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Zwei Kerle gegen eine Frau, wie heftig ist das denn? Und jetzt fängt meine Nase an zu jucken, ey. Drei Kerle gegen eine Frau, gut. Ich revidiere, was ich vorher gesagt habe. Jaaah! Gohan! Gohan! Gohan's fighting Democrats' magic! Gohan, keep fighting! Only a little more until you break the spell! Das gefällt mir gerade nicht, was da mit Goku passiert. Und ich schätze, das darf ich gleich nochmal neu machen. Oder auch nicht! Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hab's kapiert. Aber wieso Gohan nur eine Leiste hatte und die beiden zwei, das verstehe ich nicht. Ich hab's kapiert. Wirklich! Ich hab's kapiert. Boah, ist cool. Kann ich wirklich vergessen, ey. Ja, ich werd getroffen, aber Vegeta... ...Wir geht's halt nicht. ... Wow, langsam reicht's aber mal! Ist in Ordnung. Ich möchte mich nicht wehren. Ich möchte diesen Kampf sehr gerne verlieren. Okay. Okay. ... 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 Vielen Dank.